So da der Bastelzeit und heute mal wieder bei einem Thema was ich schon mal angefangen hatte und zwar die Dinger hier. Small Form Factor oder Tiny PCs wie auch immer man so nennen will. Ganz kleine Rechner und in der letzten Folge, die ich dazu gemacht hatte, hatte ich ja eine Festplatte angeklemmt, einfach um dafür zu sorgen, dass der Speicher ein bisschen größer wird. Die haben aber dummerweise nicht nur Probleme mit dem Speicher. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, die da dünn sind und ein paar davon möchte ich dann jetzt in der zweiten Folge angehen. Das erste wäre Ausgänge. Die haben meistens einen Monitor, mit Glück vielleicht mal zwei. Mit ganz viel Glück kriegt man drei Monitore dran. Ich bin jemand, der hat gerne sehr sehr viele Monitore. Also mehr Monitore. Was machen wir da jetzt? Naja, eine Möglichkeit wäre mit Dongle zu arbeiten. Das heißt also irgendwas reinstecken, was dann zum Beispiel USB-C im Sinne von Thunderbolt auf HDMI oder so umsetzt. Es gibt auch ein paar USB Grafikkarten, die auf HDMI oder VGA gehen, aber die sind okay für viele Sachen. Browser wird schon haarig, weil die Hardware Rendering machen, aber spätestens wenn man irgendwas wirklich mit Grafik machen möchte, wie zum Beispiel Videobearbeitung, macht keinen Spaß mehr. Die interne Grafikkarte, die schafft das zwar meistens, gerade hier sowas, das ist jetzt glaube ich eine Intel CPU. Die hatten meistens eine 630er, 620er, so um den Dreh. Ich glaube jetzt sind sie bei 650. Ich müsste nachgucken. Aber diese Onboard-Intel-Karten, die haben schon eine Menge Dampf dahinter. Das ist für vieles ausreichend. Aber bei USB oder den Thunderbolt-Dingern wird das teilweise dann doch zum Problem, einfach weil da die Leistung in diesem Adapter fehlt. Heißt also, mehr Grafik. Ja, was macht man beim normalen PC eine Grafikkarte einbauen? Aber naja, so rein theoretisch, wo ist sie? Eng. Das passt hier irgendwie alles so nicht ganz rein. Oder doch? Ja, tut es. Denn viele von diesen hier haben intern einen PCI-Express-Slot. Das heißt also, da ist ein entsprechender Anschluss drin, der PCI spricht. Teilweise ist es direkt in so einem sogenannten Riser in einer L-Form. Das heißt, hier steckt eine Karte drin und dann kann man die eigentliche Grafikkarte seitlich reinschieben. Geht natürlich nicht mit hier so einer großen Grafikkarte. Aber prinzipiell gibt es das. Teilweise muss man sie sich auch dazu kaufen. Muss man ein bisschen aufpassen. Hier bei dem weiß ich gar nicht, was das hier geregelt ist. Ich habe noch einen anderen. Der ist von Lenovo zum Beispiel. Da kostet dieses L-Stück, was quasi keine aktive Technik drauf hat, mal eben, wenn man es offiziell kauft, 40 Euro. Ist natürlich eine Hausnummer. Im Zweifelsfall mal gucken. Es gibt teilweise Nachbauten oder man kann, wenn man grob das Pinout erahnen kann, sich die zum Glück selber bauen. So, jetzt haben wir dann entsprechend hier drin so ein L. Passt immer noch nicht. Wir kriegen es ja nicht eingesteckt. An der Stelle gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie wir dafür sorgen können, dass doch die Grafikkarte in diesen Mini-PC hier reinkommt. Die erste Möglichkeit sieht hier so aus. Das ist im Prinzip ein Flachbandkabel. An der einen Seite haben wir einen PCI-Express-Anschluss und auf der anderen Seite eine Buchse, so dass wir entsprechend die so wunderschön ineinander stecken können und dann Kreis haben. Nee, Spaß beiseite. Das hier kommt den Rechner und dann können wir das Kabel irgendwie aus dem Rechner rausfummeln und hier die Grafikkarte einstecken. Je nachdem, was man hat. Die Sache ist bei meinem Board, was ich benutze, da ist glaube ich der PCI-Express-Anschluss, der da drin ist, nur ein 8-fach-Anschluss, wenn euch das nichts sagt. Hier vorne, dieser Bereich ist immer gleich, aber hier hinten, der ist unterschiedlich lang. Das hier ist jetzt ein 8-fach. Wenn wir die Grafikkarte daneben halten, das ist ein 16-fach und ihr seht den Längenunterschied. Es gibt auch noch 4-fach, die ist dann die Hälfte hiervon und 1-fach, der ist ganz klein. Sehen wir gleich noch. Das Problem ist, theoretisch sind die alle abwärtskompatibel. Das heißt, wenn ich eine 16-fach-Karte physikalisch mit einem 8-fach verbinden kann, nutzt er halt nur 8 Datenkanäle. Die Datenübertragung ist insgesamt langsamer, aber in den meisten Fällen reicht das dicker aus. Ja, hier den habe ich ein bisschen modifiziert und zwar ist das eigentlich 8 auf 8. Ich habe hier hinten aber einfach ein bisschen Plastik weggeschnitten, sodass die Karte überstehen kann. Das sorgt dafür, dass die Karte einfach hier so einstecken kann. Die steht dann hinten ein bisschen raus, aber technisch funktioniert das, wie gesagt. Kann die entsprechend anschließen, hier drin. Kann die Karte irgendwo draußen hinlegen, muss natürlich ein bisschen aufpassen. Hier hinten ist Metall und Kurzschlüsse. Also muss man irgendwie was dazwischen legen im Zweifelsfall. Und was man natürlich auch beachten muss, fast alle aktuellen Grafikkarten, gut die ist nicht aktuell, aber die meisten Grafikkarten brauchen irgendeine Art von Strom, ist meistens ein 12 Volt Stecker, 6-polig, 8-polig. Das kriegt ihr nicht aus einem Tiny PC, selbst wenn man direkt das Netzteil ansteckt. So eine Grafikkarte, 200-300 Watt. Das ist deutlich über dem, was so ein kleines Netzteil liefert. Das heißt, man kommt nicht dran vorbei, extern noch ein Netzteil hinzustellen. Wie kriegen wir also jetzt das Netzteil hin? Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Hier ist mit etwas Glück, hier jetzt nicht, aber normalerweise der Anschluss für die Grafikkarte dran. Aber das Netzteil ist, wenn wir das einstecken, ja ausgeschaltet. Und wir wollen es ja, dass es läuft. Naja, das, was man am einfachsten machen kann, ist auf dem ATX das Überbrücken. Wenn ihr euch hier den Stecker anguckt, habt ihr meistens, wenn es ein farbiges ist, eine grüne Leitung. Ansonsten aufs Pinout gucken, da findet man die. Wenn man die kurz schließt mit einer schwarzen Leitung, also zum Beispiel eine von denen daneben, geht das Netzteil an. Das ist das, wie das Mainboard normalerweise dann Bescheid sagt, okay, schalte ich bitte ein. Wenn wir die beiden entsprechend mit einem kleinen Drahtstück verbinden, dann geht das Netzteil an. Man kann es einfach neben den PC stellen und die 12 Volt abgreifen. Das ist nicht ideal. Offiziell brauchen die eine Last auf 12 Volt und 5 Volt, eventuell 3,3 Volt, aber es funktioniert in den meisten Fällen. Von daher, wenn ihr ein altes Netzteil habt, wird das wahrscheinlich passen. Solange es natürlich genügend Watt hat, das hier ist jetzt ein 250 Watt, wird für die Grafikkarte wahrscheinlich noch gerade so ausreichen. Das ist eine GeForce GTX 660 mit zwei Gigabyte. Heute auch nicht mehr so viel wert, wobei heute ist, glaube ich, jede Grafikkarte Gold, habe ich gehört. Na ja, Sache bei dem hier ist, dieses Flachbandkabel aus dem Gehäuse raus zu zaubern, kann eventuell ein Problem werden. Das ist natürlich nicht so biegsam. Gibt es vielleicht andere Lösungen? Ja, gibt es. Und zwar gibt es da das Glück, dass es Leute gibt, die Mining betreiben, ja, Cryptocurrency Mining, da wenn ihr auch Grafikkarten und so benutzt und die benutzen gerne viele Grafikkarten und seltsame Konstrukte. Da können wir uns bedienen. Eine Sache, bei der wir uns bedienen können, das ist dieses wunderschöne kleine Teil hier. Das meinen die ernst. Das ist hier unten ein PCI-Einfach-Slot. Wir haben also nur Einfachbandbreite. Wir reduzieren also weiter, was die Grafikkarte theoretisch kann. Wie gesagt, für viele Sachen reicht es trotzdem. Und das Ganze geht hier auf eine USB-3-Buchse. Wichtig, das hier ist kein USB-3. Die nutzen einfach nur den Stecker und das Kabel, um die PCI-Express-Signale zu übertragen. Das ist wahrscheinlich nicht ganz innerhalb der Spezifikationen oder eher gesagt wahrscheinlich sehr weit draußen. Aber PCI ist sehr robust gebaut und im Zweifelsfall wird halt, wenn was schief geht, was neu übertragen. Aber prinzipiell, egal was ihr für Kabel dazwischen macht, in den meisten Fällen kriegt ihr Daten durch. Und genau das hat man hier getan. Man hat das auf USB umgesetzt, hat dann ein USB-3-Kabel, ein reguläres, was man hier reinsteckt. Das heißt, das Ding kommt in den PC. Das hier können wir irgendwie nach draußen fummeln und so ein USB-Kabel ist halt deutlich irgendwie biegsamer als dieses Flachbandkabel, was wir eben hatten. Jetzt haben wir an der anderen Seite aber halt auch wieder einen USB-Stecker in dem Fall. Dafür gibt es dann hier sowas. Das ist die passende Gegenseite, sage ich mal. Sogar mit Schaumstoff drunter, dass man schön hinstellen kann. Da kommt das Kabel dann auf der anderen Seite rein. Und hier haben wir einen kompletten 16-fach-Slot. Der kommt dann entsprechend mit unserer Grafikkarte dann zusammen hier. So rum. Zack. Das heißt, die können wir hier ganz regulär einstecken, wenn wir da einen hinteren Teil drin haben. Und zack, haben wir alles beisammen. Wichtig hier bei dem, der hat noch hier einen SATA-Stromanschluss, um Strom hier auf dieses Ding zu bekommen. Das geht, glaube ich, nicht mit über das USB-Kabel. Muss man also dann im Zweifelsfall machen. Aber hierfür braucht man ja eh eine separate Stromversorgung. Haben wir eben ja schon gesehen. Das heißt, ein SATA wird man da auch noch finden. Das ist eine ganz praktische Sache, um mal eben hier so einem kleinen Rechner eine Grafikkarte beizubringen. Für mich war es eine sehr große Rettung. Denn ja, ich habe ja noch diesen Asus, ne Asus, glaube ich, Republic of Gaming Monitor 2K 144 Hertz. Der möchte mit meiner Onboard-Karte nicht, weil der das Displayport-Protokoll etwas enger auslegt, als man das sollte. Mit hier der Grafikkarte geht es aber. Also einfach, dass ihr meinen Tiny gesteckt und dann kann ich auch an dem den großen Monitor benutzen. Gut, sind wir fertig, oder? Moment, wir können noch ein bisschen weiter eskalieren. Wenn wir eins haben, naja, was ist denn mit anderen Sachen? Was ist denn, wenn wir zum Beispiel irgendwie noch da ein bisschen schnelleres Netzwerk haben wollen? Irgendwie einen Glasfaseranschluss oder so? Können wir doch genauso machen, oder? Im Prinzipiell ja. Wir können natürlich diese Konstruktion hier holen, die Grafikkarte da rausholen und, okay, wenn man das schafft, und stattdessen dann hier dieses Ding einstecken. Ihr seht auch, das ist jetzt zum Beispiel einen kleineren PCI-Anschluss. Klappt auch. Aber jetzt habe ich keine Grafikkarte mehr. Das ist doch ein Murks. Dachte man sich. Und natürlich gibt es auch dafür eine Lösung aus dem Mining-Bereich. Zum Glück, ihr kennt USB. Ihr kennt USB-Hubs. Naja, selbes gibt es auch für PCI-Express. Das hier ist quasi ein PCI-Express-Hub. Das heißt, das hier ist eine Karte, die steckt man in den PC rein oder auch in die Verlängerung geht auch. Und, ähm, so rum. Und, ihr seht schon, hier sind vier USB-Anschlüsse drauf. Jep, jeder von denen passt zu einem von diesen externen Adaptern hier. Ja, da ist er ja. Das heißt, das hier kommt in den Rechner. USB-Kabel dran, statt hier dem Einfach-Adapter. Dann hier dran. Und jetzt können wir hier unsere entsprechende Grafikkarte anschließen. Jetzt können wir ein zweites Kabel machen und können da unsere Netzwerkarte in den zweiten von diesen Adaptern reinstecken. Und, wie ihr seht, das hier geht mit vier Stück. Die kann man theoretisch auch beliebig kaskadieren. Also beliebig vielleicht nicht, aber man kann mehrere hintereinander schalten und dann eine beachtliche Anzahl an Geräten an so einen PC anklemmen. Hat natürlich einen gewissen Stern. Wir haben nun PCI-Express-Einfach-Anschluss. Das heißt, also die Geschwindigkeit von allen Geräten zusammen ist auf das hier limitiert. Kann eine Einschränkung sein, wenn es aber wirklich nur darum geht, irgendwie Funktionen nachzurüsten und man nicht so auf Geschwindigkeit guckt. Ist das durchaus eine Option. So, Netzwerk-Karte, Grafikkarte. Ich glaube, damit können wir ganz gut arbeiten, oder? Moment mal. Wir haben doch noch mehr. Ja, was mir nämlich auch noch vorbeikam ist, ich hatte jetzt irgendwie meine Grafikkarte, ich hatte meine Netzwerk-Karte und ich hatte irgendwie noch einen Festplatten-Controller da dran gemacht. Weil, hey, geht doch. Was mir dann noch entgegenkam, war eine alte Karte und zwar eine TV-Karte. Kennt man heute, glaube ich, gar nicht mehr die Dinger. Das ist im Prinzip eine Karte, da gibt man Fernsehsignal rein oder auch, wie man hier sieht, Composite S-Video, also analoge Fernsehsignale oder Bildsignale. Der wandelt die um und gibt sie entsprechend zum PC aus weiter. Ich wollte die hier benutzen, um ein paar Sachen zu digitalisieren. Warten mal bestimmt ein separates Video zu machen, aber das gibt ein kleines Problem. Die meisten TV-Karten, zumindest alles, was ich hier rumliegen habe, sind fast immer PCI. Anderer Anschluss, kein PCI-Express. Das passt in aktuelle Rechner fast nie rein. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Ich hatte aber keine Lust mehr, neue zu kaufen. Also, was machen wir? Natürlich, auch dafür gibt es was Passendes. Das hier ist ein Adapter von PCI-Express auf PCI. Das heißt, ich kann hier die Karte nehmen, kann sie einfach, wenn ich jetzt wüsste, wie rum. Ich glaube, so rum ist das. Das sieht richtig aus, oder? Gut, da müsste ich jetzt erstmal gucken, weil die passt dummerweise gerade in beide Richtungen. Ne, so rum muss das eigentlich, denke ich. Ja, so rum. Okay, man steckt die entsprechend hier rein. Hat hier unten an den PCI-Express. Den kann man zum Beispiel in die Verlängerung reinstecken. Und das Einzige, was es hier noch zusätzlich gibt, ist hier so ein Molex-Stecker. Halter-Festplattenanschluss für die Stromversorgung. Und ja, dann läuft dann auch so eine alte Karte. Über Adapter, mit Adapter, mit Adapter. In einem L-Adapter hier unten wahrscheinlich noch. In so einem Tiny-PC. Und ja, ihr seht, wo das hingeht. Selbst wenn diese Dinger hier nicht dafür gebaut sind, man kann eine Menge da nachrüsten und Funktionen da dran flanschen, für die das Ding definitiv nicht gedacht ist. Gibt natürlich, wie gesagt, Einschränkungen. Geschwindigkeit hatte ich ja schon erwähnt. Auch Funktionen muss man ein bisschen gucken. Gerade Grafikkarten. Bei hier sowas geht das noch. Wenn ihr ganz große oder ganz neue holt. Die haben teilweise größeren RAM drauf. Da kann es schon mal Probleme geben. Ich glaube, 4 GB ist das Limit gewesen. Wenn über 4 GB RAM auf so einer Grafikkarte oder einer anderen Karte ist, braucht das Ding eine BIOS-Unterstützung. Und gerade wenn das PCs sind, die nicht dafür gedacht waren, da eine Grafikkarte reinzusetzen. Gibt es teilweise Sachen, wo das BIOS das nicht kann. Da kann es schon mal passieren, dass zum Beispiel eine Grafikkarte in so einem Ding nicht funktioniert. Zumindest bei neueren Sachen. Aber meine wunderschöne Konstruktion hier mit diesen 4 Karten, die ich da irgendwie mir zusammengesucht habe, die hat komplett und am Stück in zumindest meinem Lenovo-Tiny-PC funktioniert. Und ich glaube, das reicht jetzt auch, um so einen PC hier aufzumotzen. Das ist weit über dem, was der Hersteller vorgesehen hat. Ist natürlich alles ein bisschen unpraktisch und unhandlich. Gerade mit dem Netzteil außen. Das kann man noch optimieren. Da könnte man eine Schaltung zum Beispiel mit einem Optokoppler oder so dazwischen setzen, dass das Netzteil automatisch angeht, wenn man den anderen Rechner ansteckt oder einschaltet. Und auch mit Standby dann ausgeht. Geht alles. Es gibt sogar Möglichkeiten, PCI Express Hotplug zu machen. Also ich habe es durchaus schon geschafft, im Betrieb die Grafikkarte rauszuziehen, um die hier zu zeigen und steck sie gleich wieder rein. Und es wird hoffentlich wieder... Naja, es ist halt alles außerhalb der Spezifikation. PCI Express ist PCI Express. In den meisten Fällen funktioniert es. Und ihr seht ja, mit dieser ganzen Konstruktion tut es hier. Pi mal Daumen, was es soll. Zumindest laut mir. rigg 9mal und dann,等 auf die屋, lässt sich abschьim- und steck ausprobieren. Vielen Dank.